Hallo, lieber IT-Unternehmerkollege. Was sind deine persönlichen Ziele als IT-Unternehmer und wie willst du sie sicher erreichen? Auf meiner Website zeige ich dir den sicheren Weg, wie ich dich beim Erreichen deiner persönlichen IT-Unternehmerziele unterstützen werde. Mein Name ist Mike Bergmann. Ich habe seit 1995 drei IT-Unternehmen mit über 40 Mitarbeitern aufgebaut. Und seit 2012 habe ich jedes Jahr hunderte von IT-Unternehmern in meinen Seminaren sitzen, in meinen Webinaren oder in der persönlichen Beratung. Und ich zeige diesen IT-Unternehmern, also IT-Systemhauschefs, Chefs von Softwareentwicklungsunternehmen, Rechenzentrumsbetreibern, ich zeige ihnen den sicheren Weg beim Erreichen ihrer IT-Unternehmerziele. Ja und genau, was sind deine Ziele? Geht es dir darum, die richtigen Mitarbeiter zu finden und zu binden? Mitarbeiter zu motivieren und weiterzuentwickeln? Kunden zu gewinnen, zu halten und zu begeistern? Die betriebliche Organisation zu verbessern? Strategien zu erarbeiten und umzusetzen? Die Produktivität deiner Mitarbeiter zu erhöhen? Die regelmäßige Einnahmen zu schaffen? Oder als Chef mehr Freiräume zu gewinnen? Gerade das letzte Ziel ist besonders wichtig. Wenn es dir gelingt, dein Unternehmen so aufzubauen, dass es perfekt läuft und sich von Tag zu Tag Schritt für Schritt weiterentwickelt, dann gewinnst du als Chef mehr Freiräume und ich zeige dir dafür den sicheren Weg. Herzlich Willkommen auf meiner Webseite. Dein Mike Bergmann Dein Mike Bergmann Dein Mike Bergmann